Moin, wir sind Layer 2 Leading Solutions von der Layer 2 GmbH aus Hamburg, euer Experte rund um Microsoft-Lösungen. Als langjähriger Microsoft-Partner sind wir stolz darauf, auf der M365 Summit in Mainz unsere neueste Software vorzustellen, Shark. Ihr kennt das bestimmt auch von euren Kunden, nachdem der Migrationsprozess von Daten in die Cloud nach SharePoint vollendet ist, kommt es irgendwann zu dem Zeitpunkt, wo die Kunden euch fragen, hey, was machen wir, wenn der Speicherplatz knapp wird? Es gibt zwei Möglichkeiten. Ihr könnt entweder Speicherplatz für euren Kunden kaufen, der ziemlich teuer ist, oder ihr könnt Shark nutzen. Mit Shark bieten wir euch die Möglichkeit, mit wenigen Mausklicks alte oder sehr große Dateien aus dem SharePoint-Speicher nahtlos in die Azure-Blob-Umgebung eurer Kunden zu verschieben und somit Geld zu sparen. Wenn ihr auch Interesse habt, das zu tun, besucht uns auf der Messe. Wir freuen uns auf euch. Abonnieren aus dem